Diese Bilder wurden mit der Hand gezeichnet und nicht abfotografiert. Das muss man sich mal vorstellen, es gibt wirklich Menschen, die so gut zeichnen können. Ich persönlich liebe ja Kunst, aber so richtig zeichnen kann ich eigentlich gar nicht. Dieses Bild ist orange und orange ist auch meine Lieblingsfarbe. Ey, ich war kurz davor, das mitzunehmen, aber die Bilder kosten ja einfach um die 10.000 Euro. Könnt ihr eigentlich gut zeichnen?